Das war wirklich bombastisch heute, das war Gänsehautfeeling, 4000 Leute in einem stockfinsteren Saal und dann diese Musik und es vibrierte alles und dann eine tolle Story über Peri-Implantitis. Es ist so ein Beispiel von Kommunikation, wo man accessen kann, um die öffentliche Gemeinschaft zu kommen. Es ist der perfekte Tool, wo die Menschen, in der day-to-dayen Klinik-Praktiken, können Sie von Science profitieren, um die Kommunikation in einem sehr akzeptvollen Wettbewerb. Ich denke, das Film, die wir gesehen haben, heute ist ein sehr guter Beispiel von Kommunikation. Any progress we make, any new finding needs to be communicated. So I think communication is ultimate in terms of research. Otherwise, we have no transmission into knowledge into the field and for the benefit of patients. Unser Gehirn denkt dreidimensional und die Filme ermöglichen uns, auf verschiedenen Ebenen Bilder zu verstehen. Wir haben die Ebene des Auges, des Behandlers, wir haben die mikroskopische Ebene von Zellen, wir haben die submikroskopische Ebene von Proteinen. Durch den Wechsel durch diese drei verschiedenen Bildebenen hat der Betrachter jederzeit das Verständnis des Klinikers, aber auch das Verständnis der Biologie, die im Hintergrund von Heilungsabläufen oder im Hintergrund von Pathologien entstehen. Ich denke, das ist eine wunderbare Möglichkeit, um das Verständnis auch für den biologischen Bereich der Heilung zu erweitern und insofern dem Studenten oder auch später dem Zahnarzt Einblicke zu geben über die wissenschaftlichen Inhalte und die wissenschaftlichen Inhalte, die im Hintergrund seiner Behandlung ablaufen. Die Holobiont ist ein Kindesorganism, das von Menschen und Bacterialen. Der Holobiont ist ein Konzept, in welchem der Mensch mit seinen eigenen Bacterium leben. Wir sind mehr Bacterium als Menschen, nur mehr Bacterium als Menschen. Wir leben in einer Symbiosis. Die Symbiosis bedeutet, dass die Hose, die Menschen, die mit den Bacterialen leben, und sie sind in harmonie. Sie können mit uns zusammenleben, und das ist das, was uns gesund machte. Wobei die Dinge falsch sind, ist, wo die Symbiosis verändert. Wenn wir, in der Haut, zum Beispiel, die Bacterium zu accumulieren, ohne sie zu entfernen, dann, die Bacterium in den Bacterium entstehen, dann, die Bacterium in den Bacterium entstehen. Das wird dann eine Dysbiosis, stattdessen, eine Symbiosis. Und dann, die Immune-Response reagiert, zu diesen Bugs-Bug, und wir enden, produzierter Bacterium zu unseren eigenen Tissuen. So, es ist wichtig, von der Peridon-Titose-Bug, zu haben die Health-Promotung-Biofilm, zu bekommen die gute Bugs-Bugs-Bugs-Bugs. Und das gleiche, bei den Implanten. Weil, wenn wir die gute Bugs zurückkommen, dann können sie leben in harmonie mit der Immune-Response, und die gute Bugs, die die schlechte Bugs entfernen. So, das Konzept des Superorganismus ist, in fact, ein Mensch, das mit seinen Bacterium in harmonie, ohne Probleme, und die Bugs-Bug. Die modernen Techniken heute, wo man 3D-animation facilities hat, werden sie in eine Art und Weise zeigen, die wir nur mit Worten beschreiben können. Wenn man sie in den Illustrationen kann, ist es viel besser für alle. Ich habe in meinem Hintergrund eine Karriere als Illustrator, die mehr als 30 Jahre in den Textbüchern war. Also, ich weiß, die Schwierigkeiten, und ich bin voll mit der Gewinnerung für die Fähigkeit der Gruppe, die das wunderbare 3D-Material produziert. Ich denke, ganz entscheidend bei diesen Filmen ist, dass sie wirklich wissenschaftlich up-to-date sind. Wir wollen hier wirklich, dass im Moment der Standard des Wissens, der im Moment vorhanden ist, auf Basis der Studien, die wir machen, repräsentiert wird. Gleichzeitig aber auch wollen wir, dass die Wissensinhalte verständlich bleiben. Und das ist genau der Spagat, den wir gehen. Einerseits ein Transfer of Science, also zu vermitteln, was im Moment das Ergebnis der aktuellen Studienlage ist, aber zum anderen die Verständlichkeit für den Alltag in diese Bilder und in diese Story des Films zu integrieren. Ganz klasse, also toll umgesetzt, tolle Bilder. Ich bin ganz begeistert und wir haben viel, sehr, sehr gutes Feedback erhalten. Ja, Wissensvermittlung mit bewegten Bildern, mit tollen Animationen, also genial, ganz klasse. Die Zuschauer begeistert sein, das kann ich jetzt schon versprechen. Ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert. Aber ich bin ganz begeistert. Man muss das beim Schatten, Die Pause zu sagen. dass ich immer noch in die Geschichte bestehende Dirige. Ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert. Ich bin ganz begeistert.